Willkommen bei einem weiteren Video von mir. Heute geht es rein um ein Weihnachtsgeschenk von mir für euch. Es ist so, dass ich ein GIF-Fail gestartet habe, das beginnt heute am 17.12. um 17 Uhr und endet am 23.12. um 20 Uhr. Damit ihr am Weihnachtstag, also am 24. bzw. das ganze Weihnachtsfest über mit dem Premium DTC, das schenke ich eines von euch, spielen könnt. Ja, was müsst ihr dazu tun? Einfach auf GIT gehen, in der Beschreibung ist natürlich der Link auf GIT, dort euch anmelden, und dann einmal auf die Teilnahmebedingungen draufklicken und schon macht ihr bei diesem Gewinnspiel mit. Und natürlich wünsche ich euch erstens einmal noch einen schönen dritten Adventssonntag. Weiters würde ich mich über jedes Abo freuen und ich freue mich über jedes Abo, Like, Kommentar, egal was. Und etwas noch zusätzlich, nämlich auf dem Kanal ist die Mitgliederfunktion freigeschaltet und sobald ihr ein einfaches Mitglied seid, erhaltet ihr jedes Video, sobald es online gestellt ist bzw. sobald ich es hochgeladen habe, könnt ihr dieses Video anschauen. Damit verabschiede ich mich und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Und noch was, Dankeschön für euer Vertrauen. Es kommen natürlich immer wieder laufende Videos und ja, ab 1000 Abonnenten kommen solche GIF-Aways wahrscheinlich des Öfteren. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.